Villa Verde, Villa Verde. Villa Verde. Gut, und somit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Ghost Recon Wildlands. Mit Chibi, Tobi und Malle. Aus Villa Verde, aus einer neuen Region. Hallo. Ohne Video? Kein Video? Kein Video? Ich mag ein Video haben. Ist ein Video? Ne, ich will eins. Naja, holen wir uns da vorne erstmal das Ding. Das Ding. Das Ding? Genau dieses Ding da vorne. Was sich grad selbst in die Luft gesprengt hat. Ja? Das Ding, was sich in die Luft gesprengt hat? Man, alles hasst uns. Was ist denn das von Depp? Alles hasst uns, kann das sein? Ja, irgendwie. Gut, was haben wir denn noch hier? Das Ding hat sich wirklich selber in die Luft gesprengt. Hier, Aufklärungsdatei. Rebellen? Wo? Geh mal dein Auto, komm. Ups, ich erkennst dich klauen, verdammt. Sorry. Aber warum schießt ihr auch nicht die Tippen? Wegen dieser Scheiße müssten wir das Kartell stoppen. Gib mir deinen Rebellen wagen. Das ist aber ne Zweisitzer. Verdammt. Das ist ne Viersitzer. Das ist ne Viersitzer. Deswegen bin ich ausgestiegen. Okay. Einsteigen. Der ist zu viel grün. Ja. So viele Rebellen. Die machen gar nix. Außer uns im Weg stehen. Ja. Und uns zusammenfahren. Na, was fehlt? Ich? Bin schon unterwegs. Bin drin. Okay. Auf geht's. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die sind weg. Der Tango ist hin. Hey Rebelle. Die Uniter. Die haben schlechtes Wetter. Kann das sein? Ja, ganz schlechtes. Nebel, Regen. So. Bisschen. Ein bisschen Regen. Es muss es geben. So welchen Granatwärfe nicht mehr ausgewählt? Ich muss verarschen. Das kann es dir nicht sagen. Das wäre ich im Grunde. LoL. LoL. Was war das? Geht das? Der Barg ist kaputt. Das waren die Unidats. Ich geh weg hier. Bevor das Ding in die Luft geht. Alter Vater. Ups. Was haben die Unidats mit uns grad gemacht? Alter, was war das denn jetzt? Haben die einmal einen Imba-Granatwerfer geschmissen? Ja, das war das. Hab ich auch grad gedacht, ja? Sorry, Alter. Ich brauch dein Auto raus. Holy shit. Da denkst du an nichts Böses und dann liegst du auf das Dach, ey. Ja. Hahaha. Die sind draufgegangen. Wir nicht? Ja, bis auf die Karte. Ja. Aber egal. Okay. Dann geht's halt weiter. Neues Auto, neues Glück. Eben. Also, wir müssen jetzt auch Angst haben vor Unidats, wenn sie da rausschießen, ne? Da-da-da. So, da hoch müssen wir. Aufklärungsdateien. Na dann. Rein da. Rein, raus. Aufklärung. Aufklärung heißt leise GP, ne? Äh, klar. Hahaha. Klar. Alles aus, nein. Klar. Okay. Einmal parken. Der Wagen brauch ich nicht mehr, können wir verschrotten. Wir stürmen rein und schalten sie ab. Können wir auch noch machen, ja. So, markiert der? Nicht? Gibt's denn was zu markieren? Da gibt's ja gar nichts zu markieren. Die Pedderhofen, die hocken alle in der Station drin. Aber links müsste irgendwas sein. Hier. Nein, die sind noch draußen. Ne, es sind zwei hier. Drei. Lol. Wow, Mist. Wow, Mist. Au, hinter mir. Tot. Bei mir ist wieder einer gespawnt. Nicht mehr. Nicht mehr, ist weg. Wenigstens, bei mir ist wieder einer gespawnt. Oh, habt ihr die Tür schon gesprengt oder was? Ja, hab ich. Nein. Weil ich mach hier Päuschen. Ich chill hier meine Seele. Bleibt. Ich mach mein Nickerchen, er macht das schon. Du hast ein Nickerchen. Ich weck dich. Da ist ein Video, jetzt machen wir mal. Aufwach, Helm. Ich schau mal das Video an. So. Tschüss. Tot. Äh. Das ist Pedro Gil, genannt Elway. Ich bin tot. Und ich kenne ihre erste Frage. Was zum Teufel ist mit dem passiert? Sie wissen, was Pyrolosid ist, oder? Ja, haben wir auch neu. Hast du gehackt? Ich bin dabei. Oh. Ich muss die Waffe wechseln sein. Ey, ein Video. Elways Vater war Bergarbeiter. Wie dessen Vater, Großvater und dessen Vater zuvor auch. Im Grunde hatte Elway nicht viele Optionen. Bis ihm El Bokita begegnete. Willst du so richtig Geld machen? Er wollte richtig Geld verdienen. Tatsächlich war er ehrgeizig. Elway wollte Pyrolosid verbessern, um das beste Kokain herzustellen, das es auf der Welt gibt. Kennen sie den Ausdruck, es flog ihm um die Ohren? Unseren Quellen zufolge ist Elway ein netter Typ. Gut zu seinen Arbeitern, cool mit der Uni Dat. Nur machen sie niemals Witze über sein Gesicht. Machen sie niemals Witze über sein Gesicht. Bei euch sind zwei Typen gespawnt, die schießen euch jetzt über den Haufen. Läuft. Äh, das war die beste Katzinneva. Ich habe mich selber gesehen. Ich wurde gerade aufgeholt und dann habe ich nur noch mich gesehen. Von unten. Ich habe mich zwar nicht gesehen, wenn die Leute nicht hinter uns stehen. Ja, ist der Katzin. Mach niemals Witze über sein Gesicht. Hm. Hm. Der hat sich selbst gesprengt. Aber die Videos haben sie gut gemacht, da kann man nichts sagen. Die sind irgendwie interessant anzuschauen. Ja, ich habe mich selber gesehen. Nein. Ein bisschen Bange ist später. Nein, gar nicht. Komm ich schon ein paar drauf. Eben. Nur so. Vor allem bei mir kommt das Video, bei euch kommt es erst viel später, habe ich immer so das Gefühl. Mhm. So, dann weiter am Text, hä? Ja. Weiter am Text. Weiter am Text läuft hier nach oben. Ups. Ja. Ja. Da nach oben. Ja, 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 ja. Da nach. Ah, ah, ah. Um Rückenlärzen. Das ist die falsche Richtung. Ja. So, dezent, falsch. Ja. Jetzt wollten wir die Kupfe drehen. Dezent. Wollte hinterhalb fliegen, nicht vor. Das Spiel sagt mir, mach ein Fallschirmsprung. Das wird dir dein Leben retten. Okay. Was? Ich flieg mal ganz schief, damit du das machen kannst. Juhu. 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 Lande. Er landet. Er probiert's. Tot. Juhu. Was machst du denn so? Ihr werdet so drauf. Ihr werdet so drauf geht. Ja. Ich kann das Labor sehen. Wir gehen drauf. Wir gehen drauf. Ich stehe. Stimmt. Ich sag's ja, dann kann sie schon mal eine Seite suchen. Ist drauf gegangen? Ah, okay. Bauman. Wir haben ein Pyrolosid-Labor. Gute Arbeit. Jetzt, da wir wissen, wie die aussehen können, lassen Sie mich schauen, ob ich noch andere in dem Gebiet finde. Und Bingo. Ich leite die neuen Koordinaten ein. Ich leite die neuen Koordinaten ein. Haben wir den Lahm kaputt gemacht. Yes, gut. Oh, das ist schon ein Einsatz. Interessant. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango's. Der Tango ist Tin. Ich sehe einen Nackung. Er war treu an der Kiste mit Medikamenten. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Oh. Habt ihr drinnen auch was gesehen? Ich hab drinnen gar nicht geguckt. Wann kommen die Rebellen und helfen uns jetzt? Kann das sein? Weil wir schon angefangen haben zu schießen. Ja, aber sonst helfen die uns auch nie. Ja, keine Ahnung. Die sind gaga. Wo haben wir jetzt gejagt? Erst weg. Wegen die Rebellen wahrscheinlich. Ja, weil du nicht getroffen hast. Gib zu. Ich hab getroffen. Sie sind nicht angeschissen. Na, wo seid ihr? Ihr klein. Ihr klein Racker. Geht's nicht rein? Da ist ein Labor. Ich hab gerade ein... Da ist ein Labor. Vielleicht kann ich hier ja die Aggressionen gegen meinen Chemielehrer loswerden. Geht's hier rein? Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Ist klar, ich kann durchs Gitter nicht schießen. Du kannst aber durchs Glas schießen. Ja, das kann ich ja. Komischerweise. Geht's hier rein? Verdammt. Ey, ich treffe nicht. Oh. Ups. Rede jetzt. Oh, du hast den. Jetzt. Labor zerstört. Hua. Auf zum nächsten. Ich hab mir Infos über einen Kartellsender besorgt. Lass ihn uns abschalten. Dann wo ist dieser komische Punkt, der hier noch angezeigt wird? Oben, oder? Ja. Ihr, 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 ihr. Abgeschlossen. Aber schnell. So. Wir haben ihn abgeschossen, äh, abgeschlossen. Abgeschossen. Irgendwas ist noch draußen. Der kämpft da oben. Ich will ihn eine hauen. Der rennklettert grad rein. Nein. Das ist meiner. Ich hab da schon. Eigentlich hab ich den schon erschossen, aber okay. Ich hab ihn noch mal umgebracht. Das war meiner. Sag ich doch. Wir haben beide ihn getötet. Lass. Ich hab noch mal sein Genick gebrochen. Wobei er schon tot war. Einfach nur mal zur Sicherheit. Nicht, dass er noch mal gleich. Nicht, dass er wieder nachspawnt oder so. Tod wird er am tötesten. Ist die Verkaufungskiste oben? Ja. Da, wo wir das Ding halt getötet haben. Quasi. Sicher ist sicher. Da ist ein Leutnant. So wieder. Äh. Hab ich doch eben noch einen getötet. Der ist da im Auto. Scheiße. Bin ich belegen? Ja eben. Ich hab eben hier der, 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 der Lamorini, der hier steht. Den Schuss bereit. Ups. Ah scheiß auf den Leutnant. Komm noch zu weiteren Leutnants. Wird nicht der letzte sein. Eben. Wir müssen eh hier zu der Aufklärungsmission. Leutnant. Da ist er. Wer draußen ist? Hä? Bin mir so unsichtbar. Oder ne? Hä? Da steht er. Hä? Ich bin verwirrt. Ich rede. Ich rede. Ich rede. Ich rede. Das war's. Ich rede. Das war's. Wir kapern ihn für die Rebellen. Okay. Einsteigen. Jungs. Einsteigen. Bin nun. Tobi. Einsteigen. Achter. Einsteigen. Andere Seite. Schöne Musik hier. Einmal Gamer Strike. Einmal Gamer Strike. Wow. Fast. Oh. Fast. Ich teste neue Moves. Also psscht. Ich wollte gerade sagen, das gehört sogar. Neue Moves. Juhu. Wow. Wir sind da. Packt. Wow. Diese Rolle. Das Auto verknallert weiter. Boah. Der ist dunkel. Du bist dunkel. Ist der denn da, was im Haus ist? Da ist einer. Ich sehe ihn. Den habt ihr unten. Ich bin gerade noch mit meiner Drohne am Fliegen. Ich kann nicht schießen. Was ist hier los? Wer hat auf das Stück geschossen? Wer hat drauf geschossen? Schipi. Wahrscheinlich. Nein. Alter. Ich glaube das war dieses Mal der Bot. Das war der Bot. Oh Mann. Das hat schon gebrannt. Ich hätte sagen sollen, dass es direkt geht. Frohes neues Jahr. Happy New Year. Ja. Das war ein richtiger Boom. Einmal. Ratatabum. 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 Oh. Zweimal. Oh. Chinesisches Neujahr. Hä? Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ich tue ich. Er sieht bloß Info. Der hat ja wohl weggefährt. Ach. Lass ihn wegfährt. Ach. Ach. Ich hab hier die Info von hier drin. Ja. Schön. Wie viele Anführer auf einmal auftauchen so. Oh ja. Da ist nochmal einer. Der hat ab. Da ist nochmal. Der hat ab. Ich wette. Er geht uns gerne zur Hand, wenn wir die Pyrolosin-Produktion lahmlegen. Oh. Pyrolosin-Produktion lahmlegen? Hä? Wo ist die? Nächste Kiste? Ja. Keine Ahnung. Verwirrt. Da. Ich auch. Da. Verwirrt. Hey. Geh ran. Ja. Ich weiß nicht. Du hast doch eh schon da hinten. Gut. Geräumt. Gehen wir heim. Yes. Gehen wir in den Urlaub. Was? Wohin? Ab. Ab in den Urlaub. Ab in den Urlaub. Ab in den Urlaub. Bolivia 001. Ab in den Urlaub. Über dein Auto. Kann ich anstellen. Hallo. So. Nächste Mission. Wo ist denn? Hm. Du hast nen Heli, oder? Wir haben nen Heli, ja. Guck mal. Dann kommen wir ja hier hin. Dann nehmen wir den Heli und dann gehen wir da hin. Da brauchen wir nen Heli. Kommt nen Heli. Darf den abschießen? Ja darfst du. Oh. Das ist ein Unidadvogel sogar. Ohhhh. Dann rufen wir einen von den Rebellen einfach. Melee Game over, alle tot Let it go, let it go Let it go Lustig wär, wenn am Ende des Spiels so kommt Massen an Schaden, soviel Millionen Euro Schaden oder Milliarden oder Billionen Rechnung von Rebellen auf uns Genau Ich hab eh so leise gefühlt, dass wir am Ende gegen Pakatari bekämpfen dürfen Abwärts Abwärts Wenden brausen Ich bin tot Ernsthaft? Ja Bin gebaunst Ich mach mal dip 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 Ich hab ja einfach umgenietet Auferspacht Tja, hol ich mich halt wieder hin So, Schnauze voll Warte, Chippy Ich bin schon drin Warte, nein, noch nicht Warte, warte Was haltet Jetzt bin ich drin Ihr von Einer nächsten neuen Mission Schalten Sie den neuen Laboren Oh ja Jetzt hätt es einfach ein bisschen schuppen müssen Wär runtergefallen Plump Ups Hoppala, Ausput Ich seh schon wieder Zugscheinwerfer Oh ja Zugscheinwerfer? Tschüss Zugscheinwerfer Wuuu Warte, bleibst du da oder gehst du da? Ich bin da auch raus Ich geh hoch, Snipern Wuuu Flieg, Flieg, Flieg Flieg, Flieg Flieg, Flieg Flieg, Flieg Nö Ich bin unten Los, los, stürmen wir die Basis Habt ihr mal einen Kritz Ich bin auf dem Posten Mit einer Pistel Echt? Mit einer Pistel Echt? Mit einer Pistel Echt? Mit einer Pistel Echt? Die Drohne ist schon so voll ausgestattet Alarmisch down Da ist noch ein Tango Tango getroffen Markiere Feind So viel sind das gar nicht Die Nummer eins down So Hey, Kartellschütze Im Labor Ich habe einen dritten Tango Einer ist bepflanzert Oh, kommt nur von einer Seite rein, hä? Hm, sieht mal so aus, ja Nächster such schon werfer down Ja, wurde eh schon Der, der J.P. hat daneben geschossen Nein, ich habe getroffen, nur war er da drin Äh, wir kommen da gar nicht rein, kann das sein? Ja, keine Ahnung Irgendwo muss das schon reingehen Heli No Erso? Oder mit nem Rebellenauto Nein, hier geht's rein, bei mir Hier wird's gesehen Was? Da kommt ein Heli gefliegt Gefliegt? Gefliegt? Was für ein Vogel im Anmarsch? Ja du, die Tatvogel Soll ich denn da rein, oder nicht? Verdammt Wuuuuh Feuerwerk Ich habe Feuerwerk gemacht Einen Gegner habe ich Okay, jetzt ist der letzte Gegner weg Das steht nach einem Labor Kommen wir nicht rein durchs Fenster Gefliegt mal hoch, ich komme im Elixir Haps Jo Gibt's irgendwas zum Einsammeln da unten? Ja, ein paar Infos, aber Über Jubley Punkte Jubley Punkte, jaaaa Wir müssen das hier zerstören Ja Wow Das war eine mächtige Animation Das war's, das war's vorher schon, wo ihr euch da oben verflugt habt Puh Hi Warte, wo ist denn die Kiste? Ach, ich parke los Die, diese Region hat drei Sterne? So Bis jetzt zwei Sterne Drei Sterne hat die, oder was? Heli ist kaputt? Ja Ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen zu eng geparkt Wir haben ja Ach, der ist kaputt Einfach neun rufen Ja Let it go, let it go Oh ja Lass'n go'n Ich will da runterjumpen, ne, Junge Geht nicht, bei manchen Steinen kann man nicht runterjumpen Ja Geht Wo spawnt der Heli? Äh, im Haus Oben aufm Dach Was? Im Haus Im Haus Im Haus Im Haus ist ja gestern Im Haus Neh, oder? Neh, geiler Scheiß Im Haus Neh, läuft Ja, dann fliegen wir mal raus Du hast schon gerufen Ja Flieg Links ein bisschen mehr Links runter, runter, links, links Oh, kaputt Ich weiß nicht, wie man da reinparken kann, so So, also ich geh jetzt mal aus Man ruft auf den Den Hubschrauber nicht im Haus Das war der Hubschrauberparkplatz Ach, kann ich nur gar nicht, weil Wir Team sind ab, ab, ab Abklingzeit Ja Abkling Cool down Cool down Cooler, cooler down Dann nimm mal einen Truck In vier Sekunden kommt der gleich wieder Wir können auch einen Truck nehmen Oder das Auto hier Hilfe Hilfe Tobi schreit nach Hilfe 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 Wir können auch das Auto nehmen, wir fahren hier aus der Heli Zug Hey, Tobi Hey Ihr habt mich schon gerufen Und er ist schon wieder im Haus, oder? Nein, er ist auf dem Haus diesmal Oh, ist gut Ist eh nicht weit weg, da fahr ich jetzt hin Da gehört er hin Okay, da kommen wir hoch Juhuuu Yeah Wenn wir das Auto zumachen Oder da draußen ist auch einer, ne? Ah, der ist schon kaputt Ja Das war der, der die vorhin kaputt gemacht hat, den hab ich leider zu Ende gefahren Ah Einfach die Treppe hoch, was will ich denn? Eben ja Ich bin gleich da Äh, die hier oben rett, ich bin ähm Tja, ich bin fast da Die Rebellen können aber auch gar nichts Scheiße Ihr hättet mein Auto nehmen sollen Er selber schuld Ich lieg Ich hab hier einen Offrider, der kann hier übers Gelände fahren Ich lieg Oh, ich hab meine Offrider Schuhe an Ich wohne Ist der mal gestorben, oder was? Typisch gestorben Ich bin da von dem Dach runter und alles ist in die Luft gefahren Let it go Let it go Was ist hier? Ist der Reifenschrottplatz? Reifenschrottplatz Bei mir schaut es mehr aus wie ein Schrottplatz Ein Heli am Boden Ein Heli am Dach Der LKM ist von mir Alles ausgeprägt Alles weg Hä? Sniper auf dem Dach So, darfst du endlich mal fertig sterben? Lass uns zwei Weil Die laufen Ja, lassen wir die laufen Erstmal Okay Helikopterkarten Achtet auf eure Ziele Es sind Zivilisten im Bereich Es sind Zivilisten im Bereich Es sind Zivilisten und ein Heli in diesem Bereich Läupt Läupt Und ein Haufen Minidot, was ich sehe Irgendwas versucht mich zu sehen Oh Hast du dich gefunden? Nein Noch nicht Ich zähle 5 Wo zieht? Ich zähle 5 Da ist dein Fünfter Hä? Bin verwirrt Gut Da ist ein Spieler Hä? Was machst du da? Hä? Hahahaha Hahahaha Woher macht denn der da hinten rum? Der hat uns den wenigsten Weg gezeigt Ja immerhin Oh Wo seid die eigentlich? Was macht ihr da hinten? Dokumente holen Oh, wieder wach Zubehörkiste Ich renne mal durch die ganze Schweine. Das fliegt überall. Gehen wir da runter. Alter, alle sehen uns. Irgendwie ein bisschen. Gehen wir wieder hoch. Genau, die treffen wir nicht. Gut, läuft. Das alles trifft außer wir. Wo geht's denn da hoch? Der ist auch weg. Ach, da geht's hoch. Gut. Habt euer Zeug, dann können wir weiter. Mann, es wird hier echt hell. Echt zum Kotzen hier. Mann. Eben war diesen Krach hier da. Ja, da würde ich mal sagen, wir beenden hier den Part. Mach einfach im nächsten Part weiter. Yo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.